Wir hoffen, euch gefällt unser folgendes Top 5 Film Ranking. Bitte schreibt uns euren Favoriten in den Kommentaren und abonniert unseren Kanal, um nie wieder einen guten Film zu verpassen. Nummer 5 But now, some very different people That's some dog. Barley, get down, sweetie. Suddenly I'm feeling a little inadequate. Are about to become truly incredible couples Is it too late to say I love you? It's early. With a one-of-a-kind love I love conversations with the guy saying, I can't stop thinking about you. I can't stop thinking about you. Miramax Home Entertainment presents a hilarious romantic comedy You really didn't sleep with her. I didn't. Filled with surprising twists And you didn't want to sleep with her. Oh, good God, yes, I did. That's seductively funny. In case you're planning on being gentle tonight, don't be. Jillian Anderson, Ellen Burstyn, Sean Connery, Anthony Edwards, Angelina Jolie, Jay Moore, Brian Felipe, Dennis Quaid, Jenna Rollins, John Stewart, and Madeline Stowe. If Romance is a game, there's only one way to win. Playing by heart. It's coming back tomorrow. And then sleeping arrangements will definitely be revised. Nummer 4 Wen haben wir denn da? Auch ich werde dem Kind etwas schenken. Noch bevor die Sonne an ihrem 16. Geburtstag untergeht, wird sie in einen todesähnlichen Schlaf fallen. Du bist aber neugierig. Bring sie zu mir. Ich weiß, dass du da bist. Hab keine Angst. Ich habe keine Angst. Dann komm raus. Dann wirst du Angst haben. Die anderen Feen fliegen. Warum du nicht? Ich hatte auch mal Flügel. Sie waren stark. Doch sie wurden mir gestohlen. Es gibt Böses in der Welt. Hass und Rache. Bringt mir ihren Kopf. Ich rufe euch, die ihr im Schatten lebt. Kämpft mit mir! Ist das wahr? Bist du es wirklich? Maleficent. Die dunkle Fee. Nummer 3 Die dunkle Fee. Sie spüren. was viel Erfahrung. Die dunkle Fee. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Highs and lows increasingly severe Lisa thinks she's hot because she's a sociopath I'm a sociopath No, you're gay Uncertainty about goals and a generally pessimistic attitude are often observed Well, that's me That's everybody You don't need to be here Everything's changing What do they know about being normal? Get me out of this place! Get yourself out Let's go I have a vanilla sundae with hot fudge whipped cream cherries and nuts Take a load off, Benny Take a load for free Take a load off, Benny And you put the load right on me Number 1 My name is Christine Collins Die Polizei von L.A. sagte mir und Ihnen allen, dass dies mein Sohn wäre Er ist nicht mein Sohn Ist dort Mrs. Christine Collins? Ja Ich bin Pastor in der presbyterianischen St. Paulskirche Ich habe es zu meiner Lebensaufgabe gemacht, alles ans Licht zu bringen, was die Polizei von Los Angeles gern für immer verheimlichen würde Diese Polizeibehörde toleriert keinen Widerspruch Sie sind in der Position, sie zu blamieren Und das mögen die ganz und gar nicht Ich will nur meinen Sohn zurück Warum machen Sie das, Mrs. Collins? Sie haben aufgehört, meinen Sohn zu suchen! Warum sollen wir denn jemanden suchen, den wir schon längst gefunden haben? Der Bürgermeister will, dass das aufhört Das kann der nicht tun Nein Sie überstellen die Gefangene in die psychiatrische Abteilung des Bezirkskrankenhauses Durch Ihre Unterschrift bestätigen Sie die rechtmäßige Einweisung durch die Polizei und entbinden Sie von jeglicher Verantwortung Das unterschreibe ich nicht Pflege! Was zum Teufel haben Sie mit Christine Collins gemacht? Ich weiß, dass mein Sohn da draußen ist Ich fühle es Ihr Sohn ist leider nicht der Erste Aber wenn Sie es richtig anstellen, könnte er sehr wohl der Letzte sein Ihr Umgang mit dem Christine Collins Fall hat diese Behörde zum Gespräch der Öffentlichkeit gemacht Wenn der Junge, den Sie gefunden haben, nicht Walter Collins ist, wo ist er dann? Ich will meinen Sohn zurück! Ich will meinen Sohn zurück! Seid ihr mit unserer Liste einverstanden? Bitte lasst es uns in den Kommentaren wissen Und für weitere Top 5 Filmvideos vergesst nicht, Community TV zu abonnieren Stimmt Ich will pm